Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Micky Blue. Findet ein nice scheiß und wieder ein nice scheiß für euch. Und zwar seht ihr schon, er ist zurück. Der super schnelle und dazu solo machbare Animate Money Glitch. Der ist so easy, so einfach, den gab es schon vor Monaten. Jetzt funktioniert er wieder. Ihr müsst nur kurz in die Autowerkstatt eines Kumpels oder in der öffentlichen Lobby in die Autowerkstatt eines, ja, irgendeinen Spielers, damit ihr dann solo jedes Mal innerhalb von 60 Sekunden 1,8 Millionen machen könnt. Das ist super easy, super einfach, super schnell. Nutzt jetzt die Gelegenheit. Er funktioniert wieder. Ich denke mal, ja, morgen ist ja Donnerstag. Könnte sein, dass er dann vielleicht wieder nicht geht. Auf meinen Kanälen Micky Blue, MB Glitching und Micky Blues Livestream WDH könnt ihr als Mitglied die Videos sehen. Ohne Intro, ohne Outro, ohne dummes Rumgelaber, ohne Gestrecke auf 8 Minuten, damit man nochmal extra Werbung schalten kann. Ohne Gebettel von Likes, Abos oder sonst irgendwas. Kein Rumgestrecke, kein schlechtes Erklären. Perfekt erklärt, direkt zur Sache. Super easy, super einfach. Ihr seht hier, dieses Video dauert nur 3 Minuten und 5 Sekunden. Und dann wisst ihr, wie man solo eine Kopie nach der anderen machen könnt. Macht es oder eben nicht. Links oben drüber, unten rechts überall zu finden, wenn ihr Mitglied werden wollt. Und dann würde ich sagen, ohne euch bin ich nichts. Nur zusammen sind wir. Micky. 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 Micky.